Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo vom Sennheiser U320. Ja, das Ganze ist ein Multi-Plattform-Gaming-Headset für PC, Mac, Playstation 3 und Xbox 360. Hier hinten haben wir so ein paar Sachen da draufstehen, was da so alles mitgeliefert wird, die Kabel und zum Beispiel auch so ein paar Features, die das Headset hat, wie jetzt drehbare Circle-Flex-Ohrmuscheln oder die Mikrofon-Stummschaltung durch das Anheben des Mikrofons, was ich ziemlich cool finde. Ja, und ansonsten stehen da noch so ein paar andere Sachen und Details drauf, die jetzt aber nicht so relevant sind. Wir packen das ganze Ding jetzt mal aus. Ist zumindest jetzt noch eine relativ frustfreie Verpackung, was sich gleich etwas ändern wird. Da fällt es mir auch schon raus. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze hat zwei Jahre Garantie, also wie eigentlich viele oder die meisten Produkte. So, da öffnen wir mal die Pappschachtel und direkt da rechts fällt es auch schon auf, da ist so ein kleiner Quickstart-Guide drin. Tja, eigentlich würde ich sagen für Frauen, aber nein, Quatsch. Auch die Männer können sich ruhig mal eine Anleitung angucken, wie das Ganze angeschlossen wird. Da habt ihr halt in verschiedenen Sprachen, wie ihr das Ganze anschließen könnt. Jetzt ob an Xbox 360, an die Playstation 3 oder an den PC. Wichtig ist für euch am PC, obwohl wir jetzt natürlich eine Playstation 3-Seite sind, aber wenn die Leute das Ganze oder wenn ihr das auch am PC betreiben wollt, braucht ihr noch ein weiteres Kabel. Das ist ein 3,5 mm Klinkenkabel auf Cinch, beziehungsweise andersrum, weil ansonsten könnt ihr das Ganze nicht an den PC anschließen. Kostet 2-3 Euro bei Amazon oder was, oder bei einem anderen Online- oder Versandhändler- oder Elektrofachmarkt. Eurer Wahl, ich will ja jetzt hier keine Schleichwerbung machen, das dann einfach dazukaufen. Das Ganze ist hier ein bisschen frustiger schon, da habe ich es schon abgerissen, weil das Ganze ist angeklebt. Und da holen wir, machen wir auch gleich mal diesen kleinen, ekligen Rest weg. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze gleich natürlich auch auspacken. Und hier kommt so ein ganz kleines bisschen Frust, deswegen habe ich es auch geschnitten. Da muss man das hinten ein bisschen zusammendrücken und so. Und da habe ich dann einfach das hier schön zusammengeschnitten. Und hier seht ihr das Headset in voller Pracht, inklusive der Kabel. Das ist ein Kabel zum Anschließen an die Xbox 360 für den Controller. Das kommt dann unten in den ZZ rein und in den normalen Xbox 360 Controller. Das ist das Kabel, was ihr braucht. Das ist Cinch mit dem Stecker für das Headset. Der Stecker kommt dann in euren Verstärker oder Fernseher, je nachdem. Und das ist das schöne Headset. Ist so leicht mit so einem Klavierlack. Ihr seht da auch nochmal den U320 Schriftzug. Da ist natürlich ein kleiner Schutz. Hier auch nochmal der Sennheiser, der Sennheiser Schriftzug. Da längst schon mal das Mikrofon. Da könnt ihr das so schön runterklappen. Und wenn das nach oben geklappt ist, ist das auch aus. So, und jetzt so ein kleiner Test. Die günstigeren Headset, das kostet so 60 Euro, sind meistens relativ flexibel. Und das Ganze ist auch hier, also das ist nicht besonders steif. Ist jetzt nicht so schlimm, aber das Mikrofon kann man auch biegen. Und die Ohrmuscheln sind natürlich aus Stoff, also kein Kunstleder oder sowas. Hier seht ihr jetzt mal den Anschluss, der USB-Anschluss. Der kommt an die Playstation 3 oder an den PC oder was auch immer. Da rechts, wo mein Daumen jetzt ist, da kann man die Kabel reinstecken. Das ist ein 2,5mm Klinkenanschluss. Und hier seht ihr einmal die beiden Regler für Chat-Lautstärke und Game-Lautstärke. Also das heißt, für die Lautstärke im Spiel. Hier habt ihr nochmal Bassboost, wenn ihr mehr Bass haben wollt. Und Scythe-Tone, das heißt, ihr habt Monitoring drin. Das heißt, wenn ihr sprecht, könnt ihr eure eigene Stimme übersetzt oder hören. Was ich sehr cool finde, gerade in dem Preisbereich, ist das sehr, sehr selten. Und ja, das war es schon mit dem kleinen Vorstellung. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt zur Klangqualität und so weiter was wissen wollt, dann schaut euch bitte einfach den verlinkten Artikel in der Videobeschreibung an. Dort habe ich dann einen kleinen Artikel geschrieben. Den könnt ihr euch dann angucken, könnt ihr euch durchlesen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.